So, und wie war das? Jetzt muss ich einfach das loslassen und... Wuuuuh! Hat das irgendwas gebracht? Ich hab keine Ahnung. Und ich hoffe, es hat was gebracht. Aaaaaah! Diesmal werde ich euch sofort vernichten. Alle miteinander! Hey, es war sogar besser als der letzte Versuch. Vernächten. Vernächten. Lauft einfach alle los. Die haben sowieso keine Chance. Sind in einem Schlag weg. Schwächlinge. So. Diesmal werde ich diese Leute da nicht versklavten. Weil sie mir sowieso nur im Weg rumstehen. Ich hab allerdings eine Idee, wie ich trotzdem ins Vorkommen kann. Ich lege diese Menschen auf den Boden und springe drauf. Ihr wisst, das ist der Trampolineffekt. Aber bis zum nächsten Video.